So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke für das Einschalten, herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, ich war beim Friseur, Friseur in Anführungsstrichen bei einer bekannten Zuhause. Das ist so ein Gedanke, den ich jetzt einfach habe, in Verbindung mit der Essen-Motorshow, die ja jetzt gerade aktuell dieses Wochenende gestartet ist. Und wenn man sich Videos bei YouTube online anguckt von der Essen-Motorshow von diesem Jahr, 2021, das letzte Mal, letztes Jahr ist sie ausgefallen, vorletztes Jahr ist sie stattgefunden. Das ist ein Unterschied der Tage und Nacht. Die ganze Branche ist am Arsch, auf Deutsch gesagt. Es kommt keiner mehr dahin, keiner hat Lust, da mit dem Fetzen im Gesicht rumzulaufen. Das Ganze läuft unter einer 3G-Variante, kommt noch dazu. Es ist einfach unattraktiv. Es hat die Politik wirklich geschafft, eine ganze Branche massiv zu schädigen. Das Gleiche wie bei meinem Friseur. Warum soll ich noch in einen Friseurladen gehen, wo ich das bei einer Bekannten deutlich günstiger machen kann, kann noch schönen Plausch halten und noch schönen Wässerchen mit ihr gemeinsam trinken. Wir sehen doch einfach, was das alles für Folgen hat. Einfach unfassbar. Oder sehe ich das falsch? Als weiteres, bevor wir auf ein paar Nachrichten eingehen, hier als ganz wichtige Info. In der Telegram-Gruppe habe ich es auch gepostet, bezüglich meinem Verhältnis mit unserem geliebten Gesundheitsminister Jens Spahn. Bezüglich der Unterlassungserklärung läuft da ja immer noch was im Hintergrund. Also das läuft halt schon seit einiger Zeit. Ich bin jetzt mit dem Anwalt von der Caro nämlich da auch dran, der Anwalt hier aus Köln. Grüße gehen raus, falls er dieses Video sehen sollte. Und wir haben nämlich jetzt Klage eingereicht gegen diese Unterlassungserklärung, um eine Aufhebung dessen zu erzielen. Weil mit dem Herrn Spahn jetzt so außergerichtlich keine Einigungsmöglichkeit bestand. Gehen wir jetzt halt den nächsten Schritt zu dem Gericht. Und da habe ich jetzt gerade heute noch die nächste Rechnung von knapp 1.000 Euro überwiesen. Könnt ihr auch alles in der passenden Telegram-Gruppe, ich poste sie unterhalb des Videos, nochmal posten. Dementsprechend wisst ihr auch Bescheid, was mit eurer Unterstützung da passiert. Und wenn ihr sonst dennoch unterstützen wollt, spenden Link es unterhalb des Videos in der Infobox. Aber jetzt gucken wir uns paar News an. Ja und unser Gesundheitsminister Jens Spahn ist auch direkt das nächste Thema, die passende Überleitung hier. Leute, das kannst du dir nicht mehr vorstellen, was hier passiert, was hier abgeht. Also diese Entwicklung wird immer perfider, immer schlimmer, was hier geäußert wird. Wenn du irgendwie mehr tun willst, als dein Rathaus oder deinen Supermarkt besuchen, dann musst du ge... sein. Leute, wir kommen aus dieser Situation, mit diesen Kandidaten in diesen Positionen, kommen wir nicht mehr raus. Das ist einfach nur unfassbar, nur noch Supermarkt oder Rathaus. Also wie wird denn so etwas begründet? Das ist der absolute Knaller. Ich finde es einfach nur noch indiskutabel, was hier auch für Forderungen kommen, was hier passiert. Nochmal, gerade der Herr Spahn hatte doch nun ein Jahr lang Zeit, unser Gesundheitssystem auf diesen aktuellen Herbst, Winter, den wir jetzt haben, vorzubereiten. Pflegekräfte mehr einstellen. Arbeitszeiten der Pflegekräfte deutlich verbessern. Generell das Arbeitsverhältnis, also die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte deutlich verbessern. Nicht dafür sorgen, dass es attraktiv ist für Firmen oder für Krankenhäuser, was ja auch Firmen oftmals darstellt, als privatwirtschaftliche Institutionen, hinzugehen, Krankenhausbetten abzubauen. Das ist doch ein komplett falscher Weg, der da gegangen wurde. Also wisst ihr, das kommt mir, also ich versuche es ja zu verstehen, aber es ergibt hinten und vorne einfach keinen Sinn. Aber schreibt eure Meinung unten rein, was ihr davon haltet. Als nächstes, ihr könnt es hier sehen, geht es mal wieder um die Leute, die bei der ganzen Aktion nicht mitmachen möchten. Und hier heißt es jetzt, Zahl der Punkt, 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 Fälschungen steigt sprunghaft an. Ja, ist denn das nicht? Also dafür braucht man ja keine Kriminologie oder sonst was studiert zu haben oder in dem Bereich zu arbeiten, um das als normal nachzuvollziehen. Wenn man Menschen, also ich gehöre ja auch dazu, einfach in die Ecke drängt, dass man versucht natürlich eine Lösung zu finden und dass man die jetzt hier als kriminell auch noch bezeichnet. Ich finde, das ist eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung, die sich hier gerade auftut. Also wirklich unvorstellbar. Und hier steht es ja auch, es widerspricht dem Grundgesetz, den Grundrechten, der UN-Karte für Menschenrechte und dem Nürnberger Kodex. Aber das wird ja alles gerade argumentiert damit. Hier, unser geliebter Bundespräsident Steinmeier ruft Bürger zu Kontaktbeschränkungen auf. Wichtig ist, dass wir jetzt alle gemeinsam handeln. Also Leute, mir graut es vor der Situation vor Weihnachten. Es wird dazu kommen, dass wir hier alle weggesperrt werden. Ich gehe mittlerweile ganz klar davon aus, es wird nur noch viel krasser. Müssen das ganze Land noch stärker herunterfahren. Aussage vom bayerischen Ministerpräsidenten, dem König von Bayern, Markus Söder. Unvorstellbar, da geht es genauso weiter. Und ich hatte ja gestern ein Video kurz dazu gemacht, bezüglich dieser neuen Variante aus Südafrika. Es gibt ja gerade, also gestern Morgen habe ich davon gelesen, oder Freitagabend gestern Morgen habe ich davon gelesen. Und auf einmal am selben Tag hat man schon einen Namen dafür gefunden. Hier, da steht der Name, da steht der Name, was haben wir jetzt, oder was wir jetzt darüber wissen. Dann gibt es jetzt hier den ersten Verdacht und so weiter. Reiserückkehrer war aber vollständig gepunkt, punkt, punkt, aber hat es natürlich mitgebracht. Und dann hier moderner arbeitet an einem neuen Stoff, punkt, punkt, punkt und so weiter. Leute, wir befinden uns in Endlosschleife. Was passiert in einem Jahr? Da ist dann die nächste Mutation da und dann geht das alles wieder von vorne los. Wir werden uns nicht mehr daraus rausbefreien können. Das wird so nicht funktionieren. Auch nicht mit 1G, 2G, 3G oder sonst was G. Ja, als nächstes, und ich hatte heute Morgen bereits im Olli-Reddit-Kanal drüben ein Video dazu gemacht, dass es einen ordentlichen Shitstorm, mittlerweile hat sich das Ganze auch nochmal ein bisschen weiter bewegt, also ist eigentlich nur noch schlimmer geworden. Ja, so einen ordentlichen Shitstorm gegen Volker Wissing von der FDP, unser designierter Verkehrsminister, gegeben hat. Denn er hat sich als, haltet euch fest, das ist unfassbar, als Anwalt der Autofahrer bezeichnet. Und zugleich hat er, ich zitiere, die FDP wird dafür Sorge tragen, dass höhere Energiesteuern auf Dieselkraftstoffe durch geringere Kfz-Steuern ausgeglichen werden. Jetzt mal ganz rational. Wir sagen jetzt mal, wir haben 2 Euro pro Liter Sprit für den Diesel jetzt hier, das ist ja gar nicht mehr so weit von entfernt, je nachdem wo man tankt, und haben auf der anderen Seite Kfz-Steuer. Und jetzt versucht er zu sagen, oder er sagt und versucht das durchzusetzen in den nächsten Jahren, dass die Kfz-Steuer nicht mehr 10 Euro pro Monat ist, da kommst du gar nicht mit beim Diesel, sondern 8 Euro, damit man halt 2 Euro mehr im Portemonnaie hat und die ausgeben kann für den Sprit. Bedeutet, du hast ein Nullsummenspiel. Du machst keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust. Das ist doch gar nicht mehr toll, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Klar ist das in Ordnung, dass man jetzt nicht noch mehr belastet wird, dass die Kfz-Steuer auf diesen symbolischen 10 Euro bleibt, dass die Spritkosten aber nicht mehr 2 Euro, sondern 2,20 Euro, 2,50 Euro vielleicht dann sind, wovon wir gar nicht so weit entfernt sind, je nachdem. Also gerade im Benzinbereich sind wir schon bei 2,10 Euro, 2,20 Euro. Wirklich realistisch angekommen. Da habe ich teilreiche Screenshots und Bilder von euch geschickt bekommen per Instagram. So, und dementsprechend, wie kann man denn da so ausrasten von der Seite der Grünen aus? Das geht mir gar nicht in den Kopf, das finde ich ja total krass. Wie soll das denn mal werden, wenn es dann heißt, ja, wir müssen jetzt auch eine Entlastung für die Bürger mal machen in jedem oder anderen Bereichen. Aber das ist einfach dieses grundlegende Problem von den Grünen. Die kommen aus ihrer Denkweise, aus ihrer Blase, in dieser heilen Welt, in den Städten, wo du halt mit dem Lastenrad von mir aus gut fahren kannst, kommen die halt nicht raus und sehen es einfach nicht, dass es irrational und unrealistisch ist, dass jeder sich ein Elektroauto, Schrägstrich Lastenfahrrad leisten kann, möchte und das auch in die Lebensverhältnisse einfach passt. Das funktioniert einfach nicht, das müssen die doch mal verstehen. Und genauso, wenn wir jetzt hier auf das nächste Thema gucken, wollen die Deutschen das überhaupt? Pläne der Ampelparteien. Und wenn man sich jetzt hier bei T-Online mal so eine Umfrage ganz genau anguckt, für die Bertelsmann-Stiftung, die gemacht wurde. Erhöhung des Renteneintrittsalter, wollen nicht so viele, nö. Kürzung der Renten, wollen noch weniger. Preis für Ausstoß von CO2, wollen auch nicht viele. Schuldenbremse beibehalten, ist es hier so in der Richtung. Dann haben wir hier Solaranlagenpflicht auf Neubauten. Und da ist eine deutliche Mehrheit auf jeden Fall vorhanden. Aber ansonsten, und da frage ich mich einen Ernstes, wenn die Mehrheitspositionen hier der Ampel so aussehen, was wollen die Grünen denn dann jetzt machen? Das ist doch konträr dazu, was sie möchten. Oder auch das Handelsblatt betitelt heute, Finanzierung der Ampelprojekte wackelt erheblich. Mit allerlei Tricks wollen SPD, Grüne und FDP ihre Pläne trotz Schuldenbremse umsetzen. Doch viel spricht dafür, dass die dafür wichtigste Maßnahme verfassungswidrig ist. Leider ein Plusartikel, sodass ich jetzt nicht ganz genau sagen kann, um was es hier geht. Aber nichtsdestotrotz, es kann ja nicht anders funktionieren. Da muss man ja realistisch sein. Wo soll das Geld denn herkommen? Wo soll das Geld denn herkommen? Ja, natürlich aus unseren Portemonnaies. Zuckersteuer. Ich gehe ja davon aus, wir werden eine Fleischsteuer bekommen. Besonders, weil wir jetzt hier auch in Cem Özdemir als bekennenden, wie nennt sich das, Vegetarier. Das ist was, was in meinem Leben eigentlich nicht vorkommt. Aber soll er ja machen. Also soll er ja halt kein Fleisch essen. Ist ja kein Problem. Aber uns anderen dann nicht verbieten. Nein, nein. Aber das so teuer zu machen, dass du es dir nicht mehr leisten kannst und möchtest. Das gleiche Prinzip wie beim Auto. Und deswegen stößt es den Grünen, dem Volker Wissing hier zurück, so auf, dass er nämlich diese Kompensation machen möchte über die Kfz-Steuer. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. In diesem Sinne, Leute. Danke für eure Unterstützung. Besonders hier auch bezüglich meiner Aktion dagegen unseren Gesundheitsminister Jens Spahn, dass ich da finanziell durch euch natürlich unterstützt werde. Sowas weiß ich wirklich zu schätzen. Denn ich bin hier ein kleiner, einfacher YouTuber, der seine Meinung frei äußern möchte. und dass man dann mit solchen Sachen mit einem großen Gesundheitsminister konfrontiert ist, was ja auch schon jetzt seit einem Jahr läuft, die ganze Aktion, das kannst du dir nicht vorstellen. Einfach nur krass. Dementsprechend Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung. Ich sage es nicht oft genug. Abonnieren nicht vergessen. Alles blöde scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.